Waldkehrs Oberbürgermeister Richard Leibinger hat heute von der Metro AG in Gundelfingen einen Scheck über 1000 Euro für das Orgelfest erhalten. Das Unternehmen hatte anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums eine Mini-Truck-Tour gestartet, bei der auch Spenden gesammelt wurden. Sie machte im Juni in Waldkehr Station. Dabei entstand die Idee, die Spenden für das Orgelfest zu verwenden.